Alle wiederholen, alle zuhause! Mama, es heißt zuhause. Allahemme, ja Rabbi, ja Allah! Was bringt du für eine Isl voll mich? Nichts durch diese zuhause! 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 Mama, Wallah! Lehrer hat uns zu uns gesagt, dass das zuhause heißt. Dein Lehrer nicht gut durch! Ich gut! Zuhause! 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 Um Isl! Mama, siehst du? Ich habe ein Sex in Deutsch geschrieben. Du hast mir alles falsch beigebracht. Ich sag doch, du bist nicht gut durch die Sprechen! Ich spreche in die Hamar! Ich habe die Arme! Du kriegst ja Migräne, Robert, bei dem Wetter. Wie sollt'n doch lieber draußen sitzen? Hör mal, Robert, lass' jetzt mal schnell lernen. Robert, es heißt, es ist ja Vergangenheit. Deswegen, wir aßen zusammen. Wir aßen zusammen. Okay, Mama. Wiederhol das mal. Wir aßen zusammen. Super, mein Sohn, du schreibst doch eine Eins. Komm, komm, wir gehen raus. Die Sonne genießen.